Ja Leute, heute in der Elektro-Technik in 5 Minuten, weil der Einhell der F02 Fehler, also hier F02 Fehler, was bedeutet das bei den Exchange Akkus? Das bedeutet, es ist ihm zu kalt. Also keine Sorge, es ist einfach nur kalt. Das bedeutet, diese beiden jetzt hier rein in die Wohnung und dann funktioniert die ganze Geschichte wieder. Also komplett Entwarnung. Im ersten Moment denkt man, oh mein Gott, Kettensähe kaputt. Aber keine Sorge, es ist einfach nur zu kalt. Hat ja auch minus 5 Grad gerade.